Ich bin ein lustiger Clown. Bist du auch ein Clown? Cool, dann haben wir ein Partnerkostüm, gell? Und noch ein bisschen Rose haben wir auch beide. Cool! Das Einhorn erkenne ich, aber du... Aber meins, was meint ihr? Schätzt mal. Wiese? Nein, das ist ein Golfplatz. Das soll ein Golfplatz sein. Wie kommt man drauf, ein Golfplatz zu sein? Die Jutta hat gerade gefragt, wo die Golfbälle sind. Das würde ich gerne zeigen, aber wir sind im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Kann ich nicht tun, tut mir leid. Wollte ich sagen, die lassen wir vielleicht lieber drin, aber wie kommt man auf die Idee jetzt, ein Golfplatz zu sein? Wie man draufkommt? Ich habe eine ziemlich große Terrasse und ich habe gedacht, da mache ich mir eine Rasenfläche. Ich habe für mehrere hundert Euro da einen Rasen gekauft und da war ein bisschen was übrig und habe gesagt, da mache ich ein Kostüm draus. So ist das entstanden. Ja, es ist überragend. Es ist überragend. Bei diesem wirklich scheiß Wetter, eine solche Resonanz, das ist unglaublich. Wir haben ja schon vorgeglüht, zweieinhalb Stunden. Bei mir war ein riesen Party mit vielleicht 350 Leuten und jetzt geht es so richtig los. Können Sie mal ein Kostüm erraten? Kostüm? Irgendwas gegen Regen und Hexe? Ich bin der Trash-Clown. Bitte? Der Trash-Clown. Oh, Trash hat irgendwas mit kaputt zu tun. Nicht schön. Also, alles Gute! Ich habe mich heute als Gärtner verkleidet und habe eine Vielzahl von Tulpen und Rosen schon verteilen können. Und das mache ich jetzt jedes Mal, weil man mit jeder Blume den Frauen und den Kindern ein Lächeln ins Gesicht zaubern kann. Und es ist heute einfach schön. Ich bin total glücklich. Mir macht es Spaß und die Menschen, die sind auch glücklich. Was will man eigentlich mehr? Auch in der schweren Zeit muss man sich ein bisschen Zeit für sich selber, für die Seele nehmen. Und die Nase ist runter. Vielen, vielen Dank. Und dreimal küsst man. Oh, die Prinzessin ist da. Die Prinzessin. Wie fühlt es sich an, Prinzessin zu sein? Schön. Was sind so deine Aufgaben heute gewesen? Reden halten, oder? Ja. Reden. Und du hast auch so tolle Faschingsorden verteilt, oder? So, jetzt bin ich ein richtiger Faschingsnah mit Faschingsorden. Und du hast auch schon행